Ja, habe die Ehre, meine billigen Kripo-Friends. Ihr seid auch schon wieder da. Vielen, vielen Dank fürs Einschauen und Vorbeischauen. Freunde, die Regeln natürlich nicht vergessen. Für euch eine Millisekunde Aufwand. Und mir und mein Content und die Informationen und dessen Verbreitung hilft es mega weiter. Also Regel Nummer 1. Kommentieren, liken, Abo dalassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich, ja, die Glocke auch nicht vergessen. Ihr wisst ja Bescheid. YouTube ist da echt blöde und gibt manchmal die Push-Benachrichtigungen nicht raus. Ansonsten schaut natürlich auch gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. Ihr wisst Bescheid, wie viele Links ich euch in den Monaten und Jahren über schon zusammengehortet habe. Da findet ihr auf jeden Fall was. Und natürlich auch bei Twitter und bei Telegram vorbeischneiden. Außer von YouTube bin ich natürlich nämlich auf Twitter sehr aktiv und natürlich auch auf Telegram in unserer eigenen Gruppe. Schaut da gerne mal vorbei. Sehr geiles Team mit Erfahrung, aktiver Austausch. So kommt man weiter, Leute. Also, let's fit's rein hier. Leute, bevor wir uns natürlich hier reinziehen, was Elisabeth Warren und Roger Marshall und wie sie alle heißen, uns auftischen möchten bezüglich neuen Regulierungen rund um den Cryptospace. Ihr habt noch sechs Tage Zeit, wo ich das zumindest aufnehme. Sechs Tage Zeit mein und Pionics gemeinsamer Event. Und Trade and Claim Your Bonus, Leute. Ihr könnt bis zu, ja, eigentlich 30 USDT, ja, die ersten 20 und 10 Lucky User nochmal. Also, 10 USDT, die 100 Lucky User. Und dann bis zu 125 USD. Hier könnt ihr nochmal, wenn ihr zum Beispiel solche Bots oder ganz normale Trades macht, Volumen, müsst ihr noch immer erreichen. Link unten in der Videobeschreibung natürlich. Und auch zu meinen zwei YouTube-Videos, die ich natürlich extra zu Pionics gemacht habe. Ich bin fasziniert von den Bots, Leute. Die sind immer noch aktiv und immer noch im Plus. Und die lasse ich jetzt einfach laufen. Die lasse ich laufen. Also, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wer eigentlich traden möchte, aber es doch irgendwie nicht möchte, der haut sich einfach so ein Bot rein auf Pionics mit ein bisschen Margin. Und schaut dann immer wieder vorbei. Der Bot macht alles von alleine. Und wie du einen Bot einstellst, etc., das habe ich dir auf jeden Fall in zwei Videos mal zusammengefasst. Unten in der Videobeschreibung für euch. So, Leute. Worum geht's? Wo habe ich es das erste Mal gesehen? Von Vajaguru. US-Senatorin Elisabeth Warren stellt Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Kryptowährungen vor. Wir hatten ja damals, war das 22, auch schon ein digitaler Asset-Anti-Money-Landering-Act, nennt sich das Ganze hier. Hier die Quelle dazu und auch das Dokument dazu. Die wurden ebenfalls von Elisabeth Warren und Roger Marshall vorgeschlagen. Diese zielte darauf ab, die Risiken von Kryptos für die nationale Sicherheit zu minimieren. So heißt diese ganze Sache, Leute. Also ich sage ja immer wieder selber, es ist ein schmaler, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad zu regulieren und zu kontrollieren. Und besonders ist es ein schmaler Grad, wenn wir über Krypto sprechen und einem Staat. Oder einem Staat, der wirklich Krypto als Konkurrenz, als Hardcore-Konkurrenz zum jetzigen Finanzsystem zum Beispiel sieht. Also Punkte in diesem Digital Asset-Anti-Money-Landering-Act zum Beispiel waren damals, Erweiterung der Befugnisse nach dem Bank Secrecy Act BSA, das heißt Digital Asset-Wallet-Anbieter, also Miner, Validatoren und andere Netzwerkteilnehmer, sollen als Gelddienstleistungsunternehmen eingestuft werden, um Anti-Geldwäsche und Terrorismusbekämpfungsrichtlinien zu befolgen, Leute. Nächster Punkt, Schließung von Lücken bei Unhosted Digital Wallets zum Beispiel. Also um Identitäten überprüfen zu können und Berichte über Transaktionen mit nicht gehosteten Wallets zu führen zum Beispiel. Also ich gehe mal die Punkte durch und dann seht ihr selber schon, was hier eigentlich gespielt wird. Verbot von Anonymitätstechnologien, das darf natürlich nicht fehlen, ist ja logisch. Hierbei war das noch am 14. Dezember 2022. Finanzinstitute dürfen keine Anonymitätstechnologien für digitale Vermögenswerte verwenden, die die Rückverfolgbarkeit erschweren. Ist ja logisch, gläsern und transparent. Also Leute, wobei ich sagen muss, dass dies eigentlich schamlos ausgenutzt wird, oder? Von Leuten, die wirklich Schabernack betreiben, für die die Anonymität, weil sie Schabernack betreiben oder Geldwäsche oder sonstigen Kack in diese Richtung, die Anonymität überlebenswichtig ist, dass sie halt nicht ertappt werden. Horn aufs Herz, oder Leute? Sowas wird ausgenutzt. Wir dürfen nicht immer von uns ausgehen, die, wie wir nichts machen. Naja, wir dürfen nicht von uns selber ausgehen. Und Leute, da draußen, die Welt ist so chaotisch. Und von daher bin ich da doch schon einer, der hier sagt, im Großen und Ganzen brauchen wir genau diese Punkte. Ja, Schließung von Lücken bei Unhosted Digital Wallets, Erweiterung der Befugnisse etc. etc. Das brauchen wir, um hier wirklich Sicherheit und diesen Schabernack halt aus Krypto rauszutreiben. Weitere Punkte wären zum Beispiel noch gewesen, Berichtpflicht für ausländische Bankkonten, muss ja auch sein, Regulierung von Digital Asset ATMs zum Beispiel. Also Leute, dies alles zielt auf die digitale Vermögenswerte ab, also Kryptowährungen und soll gegen Geldwäsche, Diebstahl und anderen kriminellen Aktivitäten sein. Nein, so viel wurde uns gesagt und wurde natürlich auch von uns oder vom Krypto-Enthusiasten usw. eher schlecht aufgenommen, schon damals. Weil es eben wirklich ein schmaler Grad ist. Ich habe es euch gesagt, es ist ein schmaler Grad, wenn es hier um regulatorische Klarheit geht oder Regeln geht um Kryptowährungen. Ja, die ja auch mehr oder weniger aus dem Nichts hier erschaffen werden und natürlich die Regeln freischnauze halt vergeben werden können, die natürlich überwiegend positiv eher für die Staaten sind oder wie zum Beispiel einer SEC. Aber ich möchte trotzdem zurückrudern, wo ich hier geschrieben habe, getwittert habe, wie dumm kann ein Mensch in so einer Position sein. Also wir kennen Elisabeth Warren und Pipapo, die Leute dort oben, die sich einfach bedroht fühlen, wirklich tatsächlich bedroht fühlen von dieser DLT-Technologie, von dieser neuen Technologie, die wirklich alles um uns herum revolutionieren kann. Ja, die Daten gehören uns. Unsere tokenisierten Assets gehören uns. Ja, also schlussendlich vielleicht auch die, ja, dein Auto, dein Haus, deine Rolex, dein alles mögliche, also deine Daten und Wertsachen, die digitalisiert worden sind, gehören dir. Es kann nicht von einer zentralen Instanz dementsprechend verwaltet werden und kontrolliert werden. Und dein Geld dementsprechend auch, ja, also von Banken, oh meine Güte, Güte, wie die Banken sich hier gewährt haben und teilweise immer noch wehren und Staaten natürlich auch wehren. Von daher, ich bin wieder gut abgeschweift, Leute. Ich möchte auf jeden Fall zurückrudern, trotz, dass wir Elisabeth Warren und wie gesagt, alle drum und dran kennen, wie sehr sie gegen Krypto sind, wie sie sie hassen, weil sie einfach ihr Dingens schlussendlich nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Aber solche Punkte, solche Punkte, wenn man nicht überreguliert, wenn man hier diese Punkte, was ich euch genannt habe, ja, in diesem Digital Asset Anti-Money-Landering-Act, diese Punkte durchwinkt schlussendlich und nicht überreguliert, dann reguliert es schlussendlich, ja, und das ist gesund, ja, und das ist gesund. Und dann können sie irgendwann halt einfach mal nicht mehr hergehen, ja, Schwarzgeld und, 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 Geldwäsche und pipapo, ne. Ich meine, das Gleiche wird ja mit Fiat-Geld, ja, mit Cash brutal gemacht, ja. Deswegen möchte man es übrigens unter anderem auch abschaffen, ja. Nicht, weil CBDCs und Digital Euro so bequem sind und schnell, aber du weißt, der Geier, ne, ne, ne. Nee, ähm, die möchten sehr gerne wissen, was wir mit unserer Kohle machen, Leute. Trotzdem möchte ich hier, wie gesagt, zurückrudern, ja, mögen sie dumm sein oder nicht, aber solche Punkte gehören meiner Meinung nach wirklich hier rein zur Regulierung, aber nicht zur Überregulierung und zur Kontrollierung, äh, um zu kontrollieren. Und, äh, ja, jetzt würde ich sagen, komme ich zu den News von heute bezüglich Elisabeth Wallen und Krypto. Es geht um folgendes, Leute. Senator Elisabeth Wallen hat eine erweiterte Koalition im Senat für das Digitale Asset Anti-Money Laundering Act angekündigt. Dieser Gesetzentwurf zielt auf das Gleiche ab, äh, eigentlich, also Geldwäsche und illegale Finanzaktivitäten im Zusammenhang mit Kryptos. Und, äh, hier dazu auch, äh, ja, das Dokument zusammengefasst. Zusammengefasst, der Fokus liegt auf der Schließung von Schlupflöchern und der Regulierung von digitalen Vermögenswerten, um Risiken im Krypto-Ökosystem zu minimieren. Es gibt Unterstützung von verschiedenen Senatoren, darunter Mitglieder des Bankenausschusses. Wer hätte gedacht, das Gesetz befasst sich mit Geldwäsche, Ransomware, Angriffen, Sanktions-Evasion, Drogenhandel und Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Elisabeth Wallen betont, ja, sie betont natürlich die Notwendigkeit neuer Gesetze, um den Missbrauch von Kryptowährungen durch Terrorgruppen, Schurkenstaaten, Drogenhändlern und Cyberkriminelle zu bekämpfen, ja, und um eure eigene Haut und Position natürlich auch zu stützen. Ist ja logisch, wie schon hier öfter erwähnt in diesem Video. Jo, Leute, das Ziel ist es, Kryptowährungen transparenter zu machen und ihre missbräuchliche Verwendung zu verhindern. So heißt es. Ich kann mich nur wiederholen. Es ist ein sehr schmaler Grad, ein sehr schmaler Grad, man muss wirklich richtig gut balancieren können, ja, zwischen Regularien, also regulieren und kontrollieren, ja, wenn es um den Staat und Krypto geht, Leute. Ich bleibe dabei. Aber Leute, wenn wirklich kein Schabernack betrieben wird und nicht überreguliert wird, ja, also Schabernack in diesem Fall von der Regierung her, dann gehen wir in die richtige Richtung. Bedeutende Persönlichkeiten, Leute, rund um den Cryptospace und den Finanzwelt halt, sehen dies ebenfalls so. Wir brauchen globale Klarheit durch Regeln für DLT-Leute. Und wie gesagt, das sehen bedeutende Persönlichkeiten ebenfalls so. Zum Beispiel Garlinghouse, damals schon gesagt, Garlinghouse halte somit an der Vision eines Internet of Value und dem Vorantreiben der regulatorischen Klarheit, die die Branche braucht. Fest. Und seine Meinung hat sich bis heute nicht geändert. Dann natürlich Charles Hoskinson. Viele hassen ihn. Ich, ich mag ihn. Alter, das, was er fühlt und denkt, das ist, ja, auf seiner Zunge. Das ist halt nun mal so. Wie Hoskinson Vorschlag regulatorische Maßnahmen auf der ganzen Welt angeht. Die obigen Kommentare von Hoskinson sind von entscheidender Bedeutung für das Verständnis, wie die Kryptoindustrie angesichts einer Vielzahl regulatorischer Maßnahmen auf der ganzen Welt versucht, eine globale Governance und Rechtsinfrastruktur zu entwickeln. Es ist ungemein wichtig und bedeutend, einen globalen Rechtsrahmen zu schaffen für Kryptowährungen, für DLT-Leute, genauso wie für Aktien und Rohstoffe und weiß der Geier. Chris, jeder kennt einen Chris, oder? Sonst könntest du gar nicht Auto oder dürftest du gar nicht Auto fahren. Ja, also wir brauchen Regeln. Wir brauchen Regeln, Leute. Ah ja, Trading, Trading. Gehörst du zu den Leuten, die wo keine Zeit haben, Stunden über Stunden die Charts zu analysieren, oder gehörst du zu den Leuten, die wo Trading lernen möchten, doch nicht wissen, wo sie anfangen sollen, dann habe ich für dich genau das Richtige, nämlich die Profis von UpCryptoTrading. Ihr braucht dazu nur Discord und mit meinem Link habt ihr die Möglichkeit, sieben Tage gratis alles euch anzuschauen und zu testen. Das Abonnement ist jederzeit kündbar und enthält keine versteckten Kosten und zusätzlich mit meinem Link habt ihr dann 5% Rabatt, wird an der Kasse abgezogen, nach den sieben Tagen, gratis natürlich. Ihr bekommt da das 99 Dollar Trading Handbuch geschenkt und habt zwischen 25 und 40 Trading Signale pro Monat. Hier wird euch dann angezeigt, wie zum Beispiel jetzt Short BTC Cash, wo steigt ihr am besten ein und die Preisziele 1, 2, 3, 4, 5. Wo setze ich am besten meinen Stop Loss und Leverage 5 und 10. Da gibt es dann die High Risk Trades, dazu habt ihr die Trading Signale von den Profis, damit ihr alles wirklich einschätzen könnt und up to date bleibt. Ihr habt den Austausch mit allen Community Mitgliedern, die ebenfalls ein Abo abgeschlossen haben und könnt euch jederzeit austauschen. Eure Profite zum Flexen zum Beispiel hier sichtbar machen und ebenfalls austauschen, wo habt ihr welche Gewinne wie realisiert und so weiter und so fort. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst bezüglich Trading lernen, dann haben die Jungs von Upcrypto Trading alles für dich parat. Tutorials mit Links zum Lesen oder Videos und Bücher und so weiter. Alles um euch Zeit zu sparen und um euch zu leiten, wenn ihr denn Trading zum Beispiel lernen möchtet. Wie schon eben erwähnt, bleibst du auch up to date bezüglich dem Markt und relevante Neuigkeiten und News. Auch ebenfalls alles in ihrem Discord Channel zu sehen. Das Abonnement von Upcrypto Trading ist für Anfänger sowie auch Experten gedacht. Ihr habt 24x7 Support, es wird euch wirklich alles erklärt und geholfen. Und es gibt auch jeden Monat eine Zusammenfassung, also es gibt eine Trading Bilanz Zusammenfassung. Dort seht ihr dann wie zum Beispiel hier bei der Bilanz von Juni die Trefferquote und die Prozente. Welche Trades hat man gemacht und welche Prozente hat man gemacht. Und unten wird es dann zusammengefasst, hier im Juni zum Beispiel Trefferquote 65% und alle Prozente zusammen zwischen 1900 und 2700%. Das wären bei 500 Dollar Einsatz zum Beispiel 11.000 Dollar. Und ihr habt natürlich alles weiterhin in der Hand, wie ihr das Ganze gestaltet und welches Abo ihr hier abschließt. Ja, sogar Christine Lagarde, Leute. Christine Lagarde hat sich für eine Regulierung von Kryptowährungen ausgesprochen, um Menschen davon abzuhalten, mit ihren Ersparnissen darauf zu spekulieren. Ja, also Christine Lagarde war oder ist ja auch mehr oder weniger wie Elisabeth Warren. Ich weiß nicht, diese Leute da oben, wie die halt ticken, so ticken sie halt. Sie sind alle mehr oder weniger gegen Krypto, aber natürlich erkennt man auch das Potenzial. Aber wie gesagt, man fühlt sich einfach angegriffen von Krypto und weiß sie einfach nicht in die Schublade hineinzustecken. Aber Mika, Mika zum Beispiel, 2024 glaube ich, soll es schlussendlich in Kraft treten, ist weltweit endlich mal was zum Anfassen bezüglich rekuratorischer Klarheiten, Leute. Und das hier in Europa, also das muss schon heißen. Dann zum Beispiel habe ich euch vor drei Monaten, G20-Gipfel, Leute zum Beispiel, Einer Gruppe der 20 größten Industrie- und Schwellenländer, wohlgemerkt, hat wiederholt Diskussionen über die Regulierungen von Kryptowährungen auf globaler Ebene geführt, um eine konsistente Herangehensweise zu fördern und einen globalen Rechtsrahmen zu schaffen, Leute. Und da ist man pro Krypto, pro DLT, Leute. Also alles in einem, Leute, ich finde es gut, dass wir Regeln bekommen. Ich finde es gut, dass viele die Schaumannock treiben, ob das hinter den Kulissen ist oder öffentlich oder im Nachhinein öffentlich wird, wie zum Beispiel FTX, das größte Debakel sowieso. Und solche Aushängeschilder brauchen wir nicht. Sowas brauchen wir in unserer noch jungen Kryptowelt nicht. Das Kind muss gut erzogen werden. Ja, das kleine Pipifax-Kindchen, Krypto-Kindchen muss gut erzogen werden. Aber wenn du es in der Gosse spielen lässt, dann wird es auch dementsprechend Schabernack betreiben. Ich hoffe, ihr wisst, was ich hier meine. Und bleib natürlich aber auch dabei, dass es ein schmaler Grad ist. Ein schmaler Grad, ich kann einfach keine besseren Worte finden, zwischen regulieren und kontrollieren. Und da müssen wir immer skeptisch sein, weil wir den Start eben kennen. Freunde, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und die Informationen waren gut von mir zusammengefasst. Und ansonsten sehr gerne auch wieder im nächsten Video vorbeischauen und weiterhin klug investieren. Und ich hoffe, wir sehen uns somit im nächsten Video. Ciao, ciao, euer Arbon. Ciao, ciao, ciao.